Hi und herzlich willkommen beim Warteslos-Interview-Podcast. Sehr cool, dass du hier bei Episode 2 am Start bist. Mein Name ist Sören und ich treffe mich hier mit Profisportlerinnen und Insidern aus der deutschen Triathlon-Szene, um mal so richtig in deren Alltagsmomente, Träume und Ziele rein zu zoomen. Das Motto ist klar, weniger Standardphrasen, mehr Pro-Insights und natürlich ordentlich Futter für Swift und den Long Run. Am Ende der ersten Folge habe ich ja bereits einen kleinen Teaser zum heutigen Gast gegeben. Es ging um die Schlagworte Young Gun und eines der größten Talente im deutschen Triathlon. Und dieses Prädikat hat sich dieser jemand natürlich nicht selbst gegeben oder ich mir ausgedacht, aber wenn man das Leben, also die Version in den öffentlichen Medien und auf Social Media von Young Gun, Simon Hänseleit verfolgt, bekommt man schon den Eindruck, dass da vieles kein Zufall ist und stattdessen absolut professionell hinter den Kulissen gearbeitet wird. Und trotzdem die gewisse Prise Lockerheit und Gewitztheit da ist. Und irgendwie sind das auch genau die Zutaten, die das Gespräch mit Simon ganz gut beschreiben. Wir sprechen über sein Profi-Dasein, inwiefern Profi-Triathletinnen ein Netzwerk brauchen und wie es um seines steht. Außerdem erzählt Simon von seiner Trainingsphilosophie, also besser gesagt von der, die ihm sein langjähriger Coach Roland Knoll mitgibt und wie er das auf sein Leben adaptiert. Es geht unter anderem auch darum, was gute Athleten von solchen mit absolutem Weltklasseniveau unterscheidet. Nicht schlecht geguckt hat Simon in dem Moment, wo ich ihn gebeten habe, ein Porträt zu zeichnen. Was es damit auf sich hat, wirst du gleich hören. Eine letzte Sache noch, wir haben das Gespräch mit Simon vor ein paar Wochen aufgezeichnet, als er auf Fuerteventura war. Und das Sound ist hier sicherlich nicht der beste. Das müsst ihr leider verzeihen. Ich denke, das ist trotzdem ein sehr spannendes Interview geworden. Also, viel Spaß jetzt beim Talk mit Simon. Simon, wir hatten ja gerade schon gequatscht. Trotzdem, wo erreiche ich dich gerade? Ich sitze hier ganz entspannt auf meiner Couch im Hotelzimmer in Fuerteventura, im Las Plaitas. Ich bin seit einer Woche hier und habe noch zwei Wochen vor mir. Gestern war ein entspannter Ruhetag mit ein bisschen Minigolf. Und heute war ziemlich voll und auch intensiv. Aber ja, genau. Also, ich sitze hier entspannt am Fenster. Also, falls die Vögel laut zwitschern, liegt es daran, dass ich hier tatsächlich die Fenster offen habe, damit es weh dann reinkommt. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist ganz wichtig. Vor allem, weil es ist dir noch hell. Das ist so vor allem krass, ja. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du zwei Monate da, nicht? Also, insgesamt jetzt sozusagen on Tour, Fuerte, Mallorca und Girona war es, glaube ich, noch. Ja, genau. Zum Glück ist es nicht zwei Monate nur Fuerteventura. Ich glaube, da würde ich mich aufschießen. Aber ja, das hat sich so ergeben, dass ich da jetzt ein bisschen länger on Tour bin. Bin nochmal gespannt, wie das alles so läuft. Bis jetzt ist es ja ziemlich easy, sage ich mal, und jetzt nichts Unbekanntes. Hier in Plaritas drei Wochen erst mal. Und dann in Mallorca wird es dann schon ein bisschen interessanter. Also, da erstmal hinzukommen, wird schon spannend. Und vor Ort wechsle ich dann auch nochmal das Hotel oder den Ort an sich. Also, da gehe ich vom Süden dann nach eineinhalb Wochen noch in den Norden, in die Berge. Da war ich auch noch nicht. Und von dort geht es dann nach Porzolea, um genau zu sein. Ja, okay. Ja, genau. Das wird dann aber auch eher so ein bisschen off, sage ich mal. Da sitzt kein Trainingslager, sondern meine Freundin ist da noch dabei. Und wir haben uns dann Hotel genommen. Ja, und da wird dann eher so der Fokus, sage ich mal, auf Bewegung liegen und nicht auf wirklich aktivem Training, sondern halt auch entspanntes Radfahren, mal eine Erkundungstum im Laufen und vielleicht auch mal einen Strandtag oder so. Also, da weiß ich noch nicht so ganz genau, was da auf mich zukommt. Aber eher dann ein bisschen ruhiger. Ja, aber jetzt hat es sich, glaube ich, geblockt, dass es alles um Training, Essen, Schlafen sich dreht erst mal jetzt auf Fertuventura. Genau, ja. Aber ihr euch auch mal einen Biathlon-Sonntag gönnt, habe ich gesehen. Ja, gut. Was heißt Biathlon-Sonntag? Wir waren davor eine Stunde 40 war ich laufen. Dann haben wir den Einzelnen der Frauen nachgeguckt und danach waren wir vier Stunden noch Radfahren. Also war das so ein bisschen inzwischen reingequetscht. Aber ja, ansonsten ist es wirklich hier ziemlich stupide. Und ich glaube, letzte Woche waren es 34 Stunden Training. Also da war dann nicht mehr so viel mit Aktivitäten neben dem Chillen oder Trainieren oder Essen. Ich habe gehört, nee, ich habe gelesen, was ist da los mit dem Schnarchen? Du hast jetzt ein Einzelzimmer. Die haben dich quasi ausquartiert. Ich bin kein angenehmer Bettpartner, sagen wir es mal so. Ich habe echt, wenn ich auf dem Rücken liege vor allem, dann schnarche ich richtig laut. Also das ist angeblich kaum auszuhalten. Das tut mir auch leid für alle Beteiligten. Meine Freundin ist inzwischen abgehärtet und die hört es nicht mehr. Also zum Glück für mich, weil ich glaube, sonst gäbe es schon Krise in der Beziehung. Aber ich habe das auch auf meiner Agenda, dass ich mal zum HNO gehe und mir das angucken lasse, weil ich bekomme auch nicht so gut Luft durch die Nase. Also ich kann an sich auch nicht durch die Nase atmen beim Schlafen. Das muss eigentlich immer durch den Mund atmen. Das ist sicher auch ein Grund. Also mal gucken, vielleicht ändert sich das auch. Aber bis dahin bin ich ins Einzelzimmer abquartiert. Bei der DTU zumindest, ja. Ja. Was ich auch spannend fand, du hattest auch, ich glaube, bei Instagram hattest du gepostet, und ja, wo war es? Ich weiß es gar nicht mehr, dass du dir auch durchaus hier und da ein bisschen was abschaust, beziehungsweise man sieht ja dann auch, man trainiert ja auch da mit echt ziemlich weltsklassigem Niveau, kann man ja schon fast sagen. Also Tim Helbeck ist am Start, das ist der Priester, Jonas Schomburg. Und gerade beim Schwimmen fand ich interessant, wo du meinst, dass du gerade das Schwimmen halt, wenn du dann den Henry Graf zum Beispiel siehst, dann auch mal guckst, wie macht der das eigentlich? Er kommt ja, glaube ich, auch vom Schwimmen. Ich weiß nicht, ob ich zu viel rein interpretiere, aber bist du auch jemand, der sich da so sehr stark sowas visualisiert? Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, ich komme ja auch vom Skifahren ursprünglich. Und da macht man dieses Visualisieren, sage ich mal, von Abläufen ganz viel. Ich meine, du musst am Start stehen und eigentlich den Lauf, den du vor dir hast, komplett im Kopf haben. Das sieht man ja auch öfter mal, wenn Leute am Start stehen, also im Fernsehen, dass die da mit geschlossenen Augen so ein bisschen mit Kopfbewegung und Handbewegung so den Lauf durchgehen. Von dem her denke ich schon ziemlich viel auch während dem Sport so über die Bewegung an sich nach. Ja, vielleicht teilweise gut, vielleicht an mancher Stelle auch manchmal zu viel. Aber wenn man natürlich so Top-Leute um sich rum hat, also wir sind jetzt hier echt eigentlich so die Kurzdistanz-Elite Deutschlands, würde ich mal sagen. Also gerade was, wenn man jetzt über den Kader oder die Weltrangliste geht, ist eigentlich so Top 7, Top 8 sind hier. Da muss man natürlich schon versuchen, bei sich zu bleiben. Aber so ein bisschen gehen die Augen natürlich immer zu den Seiten und ist ja auch nicht verkehrt, weil ich meine, man macht selber ja eigentlich alles perfekt. Man macht sicherlich nicht schlecht, sonst wäre ich ja jetzt auch nicht in der Lage, wo ich hier bin. Aber ich würde schon sagen, dass ich perfektionistisch da bin und versuche natürlich da schon auch was, mir von den anderen abzugucken. Ja, ist es dann so, also du hast ja auch gesagt, dass ihr euch mit den Trainern da, haben sich auch ein bisschen abgestimmt, dass ihr dann auch dann quasi zusammen trainiert. Ist es dann auch so, dass man sich da ein bisschen austauscht einfach so über die Trainingspläne oder ist es eher so, dass man trainiert einfach so zusammen und that's it so? Oder philosophiert ihr also manchmal auch drüber oder ist es eher so, dass ihr einfach, sag ich mal, Kumpel seid, mehr oder weniger? Ja, also man hat, also so jetzt richtige Trainingsphilosophien hatte ich jetzt noch kein Gespräch so richtig, aber natürlich, wenn schon mal jemand ein anderes Programm auf dem Plan hat, quatscht man schon drüber und dann kommt halt meistens, ja, das machen wir so öfter als Standardserie und ich meine, mein Trainer, der Roland, der lebt mir das ja auch vor, dass jetzt nicht nur eine Philosophie so einen Weg nach Rom führt sozusagen, sondern wir variieren auch ganz viel unser Training und ich würde schon sagen, dass der Roland so seinen Weg hat, also auch speziell für mich, aber ich habe jetzt nicht Einheiten, die ich schon immer mache und bin in so einem starren, ja, Korsett, da sag ich mal, was mein Training angeht und ja, das hat schon viel Variation und von dem her überrascht mich das jetzt auch nicht, wenn jemand, keine Ahnung, also wenn andere Athleten andere Sessions drauf haben, weil das meiste macht schon Sinn. Also ich habe jetzt hier noch nichts erlebt, wo ich mir die Frage gestellt habe, okay, was macht das jetzt für einen Sinn, warum machen die das so? Also ich bin absolut nicht am Zweifeln an meinem Training oder irgendwas in der Art, aber es ist natürlich, ja. Ja, aber spricht man da so, also ist das dann so ein Thema, dass du, sag ich mal, oh krass, der hat jetzt irgendwie schnellere, weiß ich nicht, schnellere Abgangszeiten so, weil das ist ja gerade so, guck mal, so gerade bei Altersklassenathleten ist das immer so ein Thema, so nicht, oh wie, ich komme gerade darauf so, weil ich deine Leistungsdiagnostik da im Hinterkopf habe, wo du ja auch deine Daten geteilt hast und man, der Vergleich ist ja immer so ein bisschen, wie sagt man so, das Glück ist tot, aber man vergleicht sich ja doch zu einem immer, so weißt du, gerade so bei Altersklassenathleten, fand ich zum Beispiel spannend, wo du meintest so, dass du bei, ich glaube, du bist bei 5, 20 oder so bei deinem Schwimmtest eingestiegen in der ersten Session und so, das ist ja so, sag ich mal, wo viele in der Langdistanz-Altersklassenszene sagen würden, wow, wenn man da hinkommen würde, das wäre schon krass, so nicht, dann hast du dich ja weiter gesteigert, so, deswegen fand ich es nur spannend so, ob man da auch unter euch so guckt, so, ja, okay, der hat irgendwie die krassen Abgangszeiten oder ob das wirklich einfach dann auch irgendwo professionell ist, man hat vom Trainer seine Abgangszeiten und that's it, so. Ja, also ich bin schon beim Schwimmen tatsächlich auch einer der Schwächsten hier, da geht es natürlich um Sekunden, also jetzt auf 100 Meter, das Niveau ist einfach super hoch hier und ich bin auch, im Schwimmen fühle ich mich zur Zeit jetzt auch noch nicht so mega gut, aber das funktioniert auch ganz gut, dass man da einfach, ja, sag ich mal, andere Athleten auf seinem Niveau hat und die Trainer teilen dann einfach so ganz klassisch wie beim Schwimmen auch uns immer in Wellen ein, also letzte Woche hatten wir zum Beispiel eine Session, da sind wir dreimal 400 Meter Schwelle geschwommen plus sechsmal 200 Meter und da hat halt die erste Welle, also die ersten vier Jungs, da hat so Tim Hellweg, Jonas Schomburg, Henry, ich weiß gar nicht, wer noch in der ersten Welle mit war, aber die sind halt dann auf, ich glaube, fünf Minuten 20, fünf Minuten 25 abgegangen und wir die zweite Welle auf fünf Minuten 30, also das sind halt dann fünf Sekunden und wir hatten halt dann auch fest unsere Vorgaben, wir sollten vier, 55 schwimmen plus minus paar Sekunden, die erste Welle sollte 450 schwimmen, also es sind halt dann so fünf Sekunden auf 400 Meter, das ist natürlich nicht viel, aber es ist natürlich schon cool zu sehen, wenn da die Jungs vorne halt durchs Wasser pflügen und ja, wenn man selber halt da nicht so einen ganzen, so einen guten Tag hat, dann pusht es einen natürlich, wenn man sieht, okay, die Jungs neben mir, die sind ungefähr mein Niveau, da, ja, da ziehe ich mir, da lasse ich mich jetzt mitziehen, Ja, ich glaube, du hattest ja auch mal gemeint, es gibt, würde ich auch später nochmal drauf kommen, aber mit dem Kadersystem, das ist ja auch letztendlich nur so, ja, es werden ja nur ein paar Leute unterstützt, supportet und dann muss man sich ja auch mit denen vergleichen, letztendlich nicht, die jetzt so in deiner Altersklasse sind und Worte Olympia und so, das ist ja auch wahrscheinlich auch fördernd einfach. Ja, ich meine, im Endeffekt ist es immer noch Leistungssport und halt ein Einzelsport, also man muss schon einfach sein Ding machen, aber klar, die Konkurrenz ist natürlich schon da und man muss halt versuchen, das aber auf den Wettkampf, also so gut es geht, auf den Wettkampf zu begrenzen. Ja, klar, im Training ist es die eine Sache halt zu performen und abzuliefern, aber es, ja, es ist, die Kunst ist es eigentlich, dass man sich im Training immer vielleicht eher zurückhält, es ist meistens smarter und dafür halt dann im Wettkampf abliefert und performt und das ist halt dann auch das, was zählt und was nach außen kommt. Und auch wenn man halt über Trainingsergebnisse sich viel Selbstvertrauen noch holen kann, muss man halt letztendlich dann doch sehen, dass es im Wettkampf dann passt auf den Punkt. Ja, dann, ich fand es sehr spannend auch, ist auch nicht ganz ernst gemeint, so Frage gleich, aber ich habe gesehen, dass ihr ja Zuwachs bekommen habt jetzt bei der Papa Horan Crew und der Jonas Schomburg jetzt, ja, du kannst ja gleich mal sagen, so mehr oder weniger, glaube ich, jetzt bei euch dabei ist und ich hatte mich gefragt, so, ja, wie du das jetzt empfunden hast, ob es, also mein Gedanke war, ob es jetzt irgendwie geil ist, so mit so einem Olympioniken trainieren zu können. Letztendlich ist es ja auch nur genau wie du, schäfst ja quasi so seinen Traum, aber ist das so ein Qualitätsgewinn, wo man jetzt sagen würde, wie beim Fußballklub so, hey, geil, dass jetzt so ein starker Athlet auch an unsere Gruppe dazugekommen ist? Wie war so deine Reaktion drauf? Ja, also auf jeden Fall, so, ich finde es immer cool, wenn, ja, starke Athleten zur Gruppe dazustoßen, das ist eigentlich immer für die Gruppe von Vorteil, weil, wie gesagt, man sieht einfach, okay, der ist erfolgreich, der macht es im Training so und so, also hat seine Art im Training. Man muss es jetzt nicht eins zu eins kopieren, aber man kann sich natürlich schon Dinge abschauen, also man, vielleicht manchen hilft es, wenn man sieht, okay, der ist vielleicht im Training gar nicht so weit weg von meiner eigenen Leistung, beziehungsweise verausgabt sich jetzt im Training nicht immer völlig und weiß, wann es eben wichtig ist, ja, wirklich mal alles aus sich rauszuholen oder 100 Prozent halt zu geben, aber weil meistens ist es halt im Trier dann so, dass man halt eine Vorgabe hat und das Wichtige ist halt, dass man in seinen Bereichen trainiert und die Bereiche sind halt auch viel, was Schwellentraining oder vor allem halt G1 angeht, also locker und da sieht man halt auch oft, dass die richtig guten Athleten auch im lockeren Training sich halt wirklich auch ruhig bewegen, also dass man nicht immer so ein bisschen das Gaspedal, mit dem Gaspedal schon spielt im lockeren Training, sondern dass man halt auch wirklich mal da chillen kann und in Jonas Fall, ich kenne ihn ja schon jetzt nicht mega lang, aber über die Super League auch und so ein paar Wettkämpfe haben wir auch schon zusammen gemacht, also ich kenne ihn schon relativ gut, von dem her weiß ich auch schon so, wie er tickt und was er halt macht von seinem, deswegen war es jetzt nicht so, sag ich mal, das mega, mega Event, das er jetzt bei uns mittrainiert, sondern er ist eigentlich ein guter Kumpel von mir und ich habe mich eigentlich eher so, ja, nicht nur sportlich, sondern auch im Menschlichkeit gefreut, dass er jetzt dabei ist, vom Roland trainiert wird und gerade jetzt hier in Fuerte haben wir halt eigentlich eins zu eins den gleichen Plan und sind viel zusammen am trainieren. Ja, sehr krass. Und ist es deswegen auch, dass du, ich glaube, Girona ist ja Jonas auch, oder? Hat er auch schon trainiert. Ist es deswegen, dass ihr auch dann da noch seid, in der dritten Station? Der Jonas hat in Girona auch eine Wohnung inzwischen, also der ist eigentlich, ja, schon einen Großteil der Zeit auch dort im Jahr und wir waren letztes Jahr im September, glaube ich, und Oktober, drei Wochen lang in Girona, mit der Trainingsgruppe von Nürnberg und haben da einfach mal das Gebiet ausgecheckt und so ein spätes Trainingslager in der Saison gemacht und es hat uns einfach, ja, ziemlich gut gefallen. Wir waren da beim Frodo untergebracht, in der La Comuna. Ach, geil. Und von dem her machen wir das jetzt dieses Jahr wieder so. Ja, ja, der, ich meine, der Roland hat den ja trainiert früher, auch zu Olympia-Zeiten und ist ja, also der hat öfter mal bei uns vorbeigeguckt und der sitzt auch wirklich ziemlich oft unten in seinem eigenen Café halt in der La Comuna und kommt da eigentlich immer nach dem Schwimmtraining hin und trinkt da einen Kaffee und snackt da sein Avocado-Toast mit Ei. Okay, das ist spannend. Also, ja, da saß er eigentlich immer vor meinem Fenster und hat mit irgendwelchen Typen gequatscht. Also, ihr habt euch auch schon ein bisschen austauschen können, so Insights-mäßig. Ja, also der, Roland ist ja noch gut mit ihm, also er hat nicht mehr so viel Kontakt, aber er hat es auch für uns organisiert, dass wir da bei ihm im Hotel sein können zu einem guten Preis. Also kann ich, glaube ich, an der Stelle sagen, dass wir da nicht den vollen Preis gezahlt haben. Damit, ja, war es dann auch für uns finanziell stemmbar oder halt eine Erleichterung. Ja. Aber, also, für jeden, der mal überlegt nach Cirona und ob das wirklich so den Hype wert ist, kann ich schon auch sagen, dass ich es echt cool fand. Und auch in der La Comuna, finde ich, passt eigentlich echt alles. Also es sind coole Apartments. Man ist von der Lage her ziemlich zentral, aber ist auch gleich mit dem Fahrrad draußen. Also mir hat es echt gut gefallen und ich freue mich auch schon wieder, da hinzukommen und da zu trainieren. Und man hört es von immer mehr Leuten jetzt, aber das ist interessant, dass du das auch so bestätigen kannst. Ich hatte mir auch überlegt, okay, wen lade ich denn ein? Und da kam ich auch auf dich, Simon. Ich hatte überlegt, wo habe ich denn dich zum ersten Mal oder wo bist du mir zum ersten Mal aufgefallen? Und ich glaube, das war nämlich bei den deutschen Meisterschaften, bei den Berlin Finals hießen sie, glaube ich, 2019. Und das war, da bist du, das war nämlich, wir waren dann nämlich als Altersklassenathleten davor auf der Strecke und dann habe ich mich schnell auf die Tribüne da begeben und habe das nämlich noch verfolgt. Und du hattest, glaube ich, den Sprint um Platz zwei oder drei war das, glaube ich. Und 2019 war ja auch ein sehr, sehr erfolgreich, wahrscheinlich sogar dein erfolgreichstes Jahr. Und da warst du sozusagen so der Platzhirsch, kann man das so sagen, oder? So dein AK, letztes Jahr Junioren. Ja, genau, könnte man so sagen. Da war ich in den meisten Rennen bei den Junioren dann der Sieger sozusagen. Also ich bin ja auch deutscher Meister bei den Junioren geworden. Und bei der Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft war ich Siebter und Zehnter. Wobei ich da, da war der Erik Diener noch vor mir auf Platz neun. Also da war es das Einzige, was geschlagen wurde sozusagen. Aber nee, das lief echt gut das Jahr bei mir und war eigentlich so, ja, schon auch ein Durchbruchsjahr, weil ich dadurch dann eben die Nationalkader-Quali geholt habe, dadurch auch den Bundeswehrplatz bekommen habe bei der Sportfördergruppe und ja, sozusagen im richtigen Jahr gerade noch so eine gute Entwicklung, sage ich mal, gemacht habe. Weil davor, ja, war ich einer von vielen, würde ich mal sagen. Also war ich nie so der Beste, sondern eher immer um die Top 5, Top 6, war viel verletzt auch. Aber in dem Jahr hat halt viel geklappt und da bin ich auch sehr glücklich drüber. Und bei den Wettkämpfen lief es auch einfach mal gut, kann man so sagen eigentlich. Ja, ich habe das nämlich deswegen auch gefragt, weil auch hier der Vergleich zu den Altersklassenathleten, da ist es ja immer so, dass man ja auch seine, sage ich mal, jetzt bei mir, weil es jetzt gerade 30 bis 34, dann ist man ja schon wahrscheinlich am Ende der Altersklasse so an seinem Peak so, beziehungsweise ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser als die anderen und kann dann eben im Umstand doch ein bisschen mehr performen einfach. Und dass bei dir 2019 einfach sehr, sehr viel zusammengekommen ist. Und wie du schon sagtest, letztens zwei dann auch gewesen. Dadurch, dass ich dann auch Sachen ergeben habe, wie zum Beispiel mit dem Kadersystem wahrscheinlich, dann so ein bisschen, so ein fünchchen Glück, was ja auch dann dazukommt zu der Performance. Ja, auf jeden Fall. Also man braucht auch immer ein bisschen Glück. Man hat natürlich nicht immer nur eine Chance, also im Idealfall. Manchmal hat man vielleicht wirklich nur eine Chance. Aber in meinem Fall habe ich zum Beispiel bei der Europameisterschaft noch den Sprint um Platz 6 verloren. und Top 6 wäre eben die Perspektivkader-Quali gewesen. Und dann musste es eben bei der, aber dadurch habe ich mich nicht für die Wettmeisterschaft qualifiziert, aber bei der musste ich dann in die Top 10 kommen, sonst hätte ich mir die Quali auch nicht geholt. Und dann bin ich halt wirklich auf dem Punkt der 10. geworden. Also war sicherlich auch ein bisschen Glück mit dabei. Vor allem, weil das Rennen alles andere als perfekt lief. Also da war ich vorher ein bisschen angeschlagen und habe mich irgendwie durchgekämpft und habe mich danach, ich glaube, drei oder vier Mal übergeben. Einmal davon auf den Teppich im Hotelzimmer in Lausanne, in der Schweiz. Aber ich war einfach komplett drüber und fertig. Ich bin danach dann auch richtig krank geworden. Also gesund war es eigentlich nicht, aber irgendwie hat es sein müssen noch. Und ich bin glücklich, dass es so geklappt hat. Ja, wir haben ja mal gesehen bei Christian Blumenfeld, wer alles gibt, der darf auch mal kotzen auf die Zielinie. Ja, also ich habe keine bleibenden Schäden davon getragen, glaube ich. Ja, okay, sehr gut. Das ist immer das Wichtigste. Du hast ja jetzt gerade schon die ganzen Kaderstrukturen da auch teilweise mit reingemacht. Was ich mich auch gefragt habe, und ich habe dich ja auch im Vorfeld schon gefragt, Simon, ob du gut im Porträt zeichnen bist. Wie würdest du dich da einschätzen? Ja, ich habe dich da auch direkt schon gefragt, was du jetzt mit Porträtzeichen meinst. Ob ich da einen Stift brauche oder ob ich es mit Worten ummalen muss, ein Porträt von mir vielleicht selbst. Also ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ja, so ist das nämlich gedacht, weil wenn man sich so umhört in der Szene, in der Longo-Szene so, aber natürlich auch wahrscheinlich bei Altersklassenathleten, die Sprintdistanzen machen oder auch Olympische Distanzen, dann hört man oft immer so, ja, irgendwie ist das so eine Mystery-Box mit den Bundesliga-Athleten. Es ist irgendwie immer total spannend, wenn da mal so ein Event ist. Das wird ja auch teilweise schon live übertragen. Aber im Gegensatz zu den Langdistanz-Trieathleten ist das irgendwie noch alles nicht so ganz greifbar. Und deswegen würde ich gerne, dass du heute hier stellvertretend quasi so für die Bundesliga-Athleten mal so ein kleines Porträt erstellst, was eigentlich so ein Bundesliga-Athlet oder Athletin ausmacht. So einfach vielleicht so sieben Fakten über und dass man dann genau weiß, ah, wie war das nochmal, dann switche ich nochmal in die Podcast-Folge rein. Und wahrscheinlich... Also so ein bisschen Athleten-Anforderungsprofil. Ja, genau, ja. Ich gebe einfach mal so ein paar Schlagpforte vor und dann vielleicht robben wir uns davor zu so einer Art, ja, Marketing würde man sagen, so einer Persona sozusagen. Also erstmal würde mich interessieren, kann man sich das vorstellen, dass man sozusagen wie in so einem Fußballverein einfach so einem Verein angehören muss, um jetzt, sag ich mal, bei der Bundesliga racen zu können? Ja, es ist im Grunde schon so. Allerdings darf man sich eben nicht so vorstellen, dass man wirklich auch mit den Leuten trainiert, die mit einem Bundesliga-Team sind, sondern es ist eher so eine Zweckgemeinschaft, die dann zusammen an der Startlinie steht, aber nicht zwangsläufig auch eine Trainingsgruppe ist. Also zum Beispiel in meinem Fall, ich komme aus Nürnberg, trainiere in Nürnberg, aber Bayern hat leider keinen eigenen ersten Bundesliga-Verein. Deswegen wurde ich sozusagen von Neckarsulm aus Baden-Württemberg eingekauft und habe dort mein Zweitstallrecht. Also mein Heimatverein ist Schongau in Bayern. Die haben allerdings nur eine Regionalliga-Mannschaft und als ich dann eben, dort bin ich auch mal in der Saison gestartet, aber als ich dann, als es absehbar war, dass ich Bundesliga-Niveau habe, bin ich dahin gewechselt, weil ich dort einfach Kumpels habe, die auch, die ich von den Nachwuchswettkämpfen kannte, vom Deutschen Jugendcup. Und genau, das heißt, man kommt einfach für die Wettkämpfe zusammen, steht dann gemeinsam an der Startlinie und hat ja noch ein cooles Wochenende zusammen, weil man ja meistens schon ein, zwei Tage früher anreist und performt da dann eben so, ja, je nachdem, wie das Format eben aussieht. Es gibt ja auch unterschiedliche Formate in der Bundesliga. im Race dann eben entweder für sich oder auch mit dem Team für den Verein, wo man gemeldet ist. Okay, das ist interessant. Also da werden also auch schon Spieler oder, was heißt Spieler, Athleten abgekauft, das wusste ich auch noch nicht. Ist das gängig oder machen das einige? Ja, also es ist eigentlich, es gibt wenig Mannschaften, die wirklich komplett mit eigenen Gewächsen, sage ich mal, oder eigenen Nachwuchssportlern dann oder eigenen Profis an der Startlinie stehen. Ganz krasses Beispiel ist zum Beispiel das Team EJ Buschütten, die ja auch öfter die, also jetzt bis auf letztes Jahr, davor eigentlich immer Serien amtierender Deutscher Meister waren. Der FC Bayern sozusagen. Genau, der FC Bayern, der Bundesliga, die haben eigentlich ein komplett zusammengekauftes Team, auch nur mit Ausländern eigentlich. Also nicht nur, aber vor allem auch mit ausländischen Topathleten, die auch in der Weltelite dabei sind. Aber die haben halt einfach einen guten Geldgeber und deswegen sind dort halt auch viele deutsche Spitzenathleten, die jetzt keinen eigenen Einwandverein haben, der auch in der Bundesliga ist. Anderes Beispiel zum Beispiel ist Darmstadt. Die haben ein Bundesligateam bei den Männern und Frauen und haben da jeweils eigentlich drei bis vier Athleten, die auch aus der Jugend schon nachgekommen sind bei ihnen und auch immer noch in Darmstadt trainieren. Also zum Beispiel jetzt bei den Männern der Henry Graf, der Mika Not, Scott McClymond oder der Moritz Göttler zum Beispiel, das ist auch ein junger Nachfolgsathlet, die sind alle in Darmstadt und sind auch mehr oder weniger dort ausgebildet worden, sage ich mal. Also es gibt so manche Vereine, die sind damit gut vorangekommen, aber viele kaufen sich so zu ihren Leuten halt auch ein. Ja, okay, das ist wahrscheinlich dann auch klar normal. Ist ja auch letztendlich ein Business so. Dann würde mich mal interessieren, sind ja schon die meisten sehr, sehr jung im Mannisch. Also wie würdest du so sagen, was ist das Durchschnittsalter? Ja, das ist dem Umstand geschuldet, würde ich sagen, dass halt einfach die Bundesliga ein super Format ist, wo junge Athleten sich mit Spitzenathleten in der Weltelite messen können. Also man darf offiziell ab, ich glaube, 17 oder 18 Jahren starten, sobald man Jugend A ist, also sobald man eben berechtigt ist, auch die Spritdistanz zu machen. Also ich glaube, mein erster Einsatz war auch mit 18 Jahren. Ja, genau, dann darf man mit 18 das erste Mal, oder vielleicht auch schon ein bisschen früher, würde ich mich jetzt nicht ganz festlegen. Aber genau das sind halt eben Rennen, weil es einfach nur eine Stufe vor internationalen Rennen sind, die dann einfach auch viele aus dem Nachwuchs machen. Und wenn man sich da so ein bisschen, ja, wenn man da Erfahrung gesammelt hat und sich vielleicht auch empfiehlt für internationale Rennen wie Europacups, kann man dann da so mit dem nächsten Schritt gehen. Und das ist eigentlich echt cool in Deutschland, dass es da so eine Bundesliga gibt auf so einem hohen Niveau. Also es gibt noch, in Frankreich ist die noch ein bisschen stärker, die Triathlon-Liga, aber halt einfach, weil noch mehr Franzosen einfach Triathlon machen auf einem höheren Niveau und noch ein bisschen mehr Geld drin ist. Das heißt, es werden einfach noch viele internationalen Athleten eingekauft, die das Feld halt einfach qualitativ hochwertiger machen. Warum ist da mehr Geld drin? Also machen die das medial? Ziehen die das anders auf? Also da gibt es von jedem Rennen eigentlich auch Live-Übertragungen. Und man darf halt auch immer nicht vergessen, dass Deutschland eigentlich schon eine Ausnahme ist, was den Triathlon angeht, weil die Langdistanz hier so populär ist. In Frankreich zum Beispiel oder Großbritannien ist die Kurzdistanz deutlich populärer. Und wenn man sich überlegt, die Langdistanz wäre hier geswitcht mit der Kurzdistanz und hätte so einen Stellenwert, dann wäre automatisch schon mehr Geld im Sport, würde ich mal sagen. Und ja, es ist aber inzwischen auch nicht mehr ganz so krass wie früher. Also früher war es bei den Franzosen wohl noch krasser. Also da sind auch mal schnell Antrittsgelder über 10.000 Euro geflossen, was inzwischen auch nicht mehr, also teilweise schon noch, aber nicht mehr ganz so extrem da zelebriert wird. Für die Athleten oder für das Team? Für einen Athleten. Für einen Athleten. Ah, krass. Okay, ja. Ja. Ja, da ist schon ordentlich Geld drin. Ja, und also beim Fußball ist es ja oft so, gerade in jungen Jahren, dass man da einfach, ja, man kommt zum Verein, weil man, weiß ich nicht, mit Kumpels halt an sich trifft und da zusammen eine gute Zeit haben will. Kann man sich das bei der Triathlon-Bundesliga eh nicht vorstellen? Und ich habe mich so gefragt, so was ist die Motivation? Es ist einfach so ein bisschen just for fun racen und man ist mit Leuten zusammen, die man eh, mit denen man sich umgibt, Kumpels sind. Wie kommt man da so dazu? Ja, genau. Also man geht ja eigentlich den ganz klassischen Weg über die Vereine. Ja. Wenn man als junger, als junger Hüpfer Triathlon anfängt, also zum Beispiel so wie ich, ich habe ja schon mit sieben Jahren, war ich in einem Triathlon-Verein, habe dann da nebenbei halt einfach langsam immer, ja, einmal die Woche Schwimmtraining, einmal die Woche Lauftraining. Es ist halt dann immer irgendwie mehr geworden und dann ist halt so der logische Schritt, man macht zuerst so Nachwuchswettkämpfe, weil man will ja auch irgendwie zeigen, was man so im Training, ja, lernt und was man drauf hat. Und dann ist es natürlich so, dass man dann auch einen Schritt weitermachen will, wenn man halt wirklich dabei bleibt und da bietet sich halt dann die Liga an. Also entweder man steigt halt in der Landesliga ein, Regionalliga, also ich glaube in Bayern gibt es Landesliga Nord, Landesliga Süd, Regionalliga und dann halt eben Zweite Bundesliga Süd, Zweite Bundesliga Nord und Erste Bundesliga. Und dort ist es dann auch so, also wenn du jetzt drauf hinaus willst, warum mache ich Bundesliga? Für mich ist es einfach so, es ist ein cooles Rennen, weil einfach das Wochenende cool drumherum ist mit seinem Team, weil da halt einfach dann nicht so die, also der Druck ist einfach nicht so hoch, es geht, sage ich mal, nur um das Teamergebnis und halt um ein bisschen Geld. Also deswegen muss man schon auch sagen, macht man auch Bundesliga rein, weil es halt Antrittsgeld und Prämien gibt. Also auch für jeden Athleten sozusagen. Ist genau, ist bei jedem Athleten unterschiedlich. Das muss der halt mit seinem Bundesliga-Team verhandeln. Also es gibt, die vorderen Teams zahlen natürlich mehr Geld, also Burschütten hat und ja, was früher, also Witten zahlt wohl auch ganz gut. Und ich kann mich bei meinem Team auch nicht beschweren, also HEP Team Leckersulm. Es gibt halt Antrittsgeld und dann noch über eine Platzziffer, also wenn ich jetzt in die Top 10 komme, mache ich mehr Geld, als wenn ich in die Top 20 komme. So eine Provision. Grob gesagt. Bei uns wird es dann auch noch so berechnet, dass je nachdem, wie viel man zum Teamergebnis beiträgt, wird halt dann das Geld verteilt. Also alle haben die gleiche Grundprämie, also das gleiche Antrittsgeld, was halt fair für alle ist. Aber man kann darüber hinaus halt eine Prämie holen, die ist dann je nach Platzierung, also Leistungsprinzip sozusagen. Okay, das wusste ich noch gar nicht. Das ist sehr, sehr spannend. Ja und also beim Training habe ich mich halt auch gefragt, du sagst ja schon, teilweise ist es eine Zweckgemeinschaft, man trainiert es nicht wirklich zusammen, aber gut, jetzt ist noch wahrscheinlich, du bist jetzt zum Beispiel auch Triathlon-Profi, so de facto, andere aber natürlich noch nicht. Wollt es auch vielleicht auch gar nicht sein. Kann man dann, kann man so einen Aufwand so betiteln, in den Stunden, so sag ich mal jetzt pro Woche oder auch vielleicht, wie viele Races es pro Jahr gibt, kann man das so pauschal sagen? Also die Bundesliga an sich sind fünf Rennen im Jahr. Das ist aber, wie gesagt, nur so eine Nebentätigkeit. Es ist cool, wenn es klappt, aber hat nicht Priorität. Also Priorität hat bei mir natürlich eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft oder Punkte-Rennen für die Weltrangliste, also Europa Cup, Weltcup oder eben WTCS, also so die höchste Serie, die man machen kann. Und darüber werden dann eben auch so die Kaderplätze vergeben und Sportförderung und darüber kann man sich für Olympia qualifizieren. Also das ist eben diese Kurzdistanzschiene. Und die Bundesliga ist halt einfach auf nationaler Ebene ein, ja, sind qualitativ gute Rennen, vergleichbar vielleicht mit einem Europa Cup ungefähr vom Niveau, weil auch öfter mal internationale Stars, sag ich mal, kommen. Aber an sich ist es eher ein Rennen, was man aus dem Training raus macht und als gute Belastung und, ja, für Erfahrung mitnimmt und eben für Kohle und für ein cooles Erlebnis. Aber genau, ansonsten ist wirklich der Fokus bei mir oder bei anderen Kurzstanz-Profis auf diesen ITU-Rennen. Also ITU ist der Dachverband von World Triathlon und ja, so Stundenaufwand in der Woche ist ganz unterschiedlich. Davor habe ich ja schon gesagt, diese, also letzte Woche habe ich 34 Stunden trainiert. Das war aber jetzt schon wirklich obere Grenze. Also viel mehr mache ich eigentlich kaum. Ich glaube, ich habe einmal eine Woche letztes Jahr, ich war eigentlich mal bei 37 Stunden, da war aber wirklich kaum Intensität dabei. Also da ging es eigentlich hauptsächlich um Grundlage und um Kilometer sammeln. Wenn Intensität dabei ist und ich zu Hause normal trainiere, dann bin ich so bei 25, 26 Stunden, also reiner Trainingszeit. Da kommt dann natürlich noch Physiotherapie dazu, dann die Wege zum Training, Nachbereitung wie Dehnung, Reboots, keine Ahnung, Podcasts, Podcasts, genau. Also die ganzen anderen Sachen, die sind ja jetzt nicht aufgelistet, das ist wirklich nur reine Trainingszeit und da bin ich glaube ich auch im Wochenschnitt ungefähr letztes Jahr rausgekommen, so zwischen 20 und 25 Stunden, weil man natürlich in der Rennwoche deutlich weniger trainiert, um halt, also so klassisch tapert halt und sich dann halt fürs Rennen dann frisch zu sein. Und ich glaube dritte Frage hattest du noch, wie viele Rennen man macht. Letztes Jahr waren es bei mir relativ viele, weil ich einfach in der Weltrangliste mich vorarbeiten musste, weil es mein erstes Jahr bei der Elite war und ich glaube ich bin 13 oder 14 Rennen sogar gestartet, davon war eine Mitteldistanz und zwei olympische Distanzen und ansonsten Sprintdistanzen. Hm, das ist okay, ja, ist schon sportlich. Dann ist es halt das Thema, du hast ja gerade schon gesagt, das Kadersystem, also ich ziehe auch hier wieder den Vergleich so zum Fußball, weil es vielleicht auch einige so ein bisschen ganz gut einordnen können. Das ist ja nur so, wenn man in einem Bundesliga-Verein spielt, dann haben wir wahrscheinlich die meisten so dieses Ziel halt in die Nationalmannschaft zu kommen und da habe ich mich gefragt, ob es jetzt auch so gerade bei Bundesliga-Athleten, Athletinnen so schon ein Thema ist, so irgendwie da reinzukommen oder ob es prinzipiell erstmal nur, ja, einfach eine Leidenschaft ist, so ein bisschen Triathlon, wie ich schon meinte, so mit Leuten zusammen zu sein, die man mag und ob dieses, dass dieses Kadersystem wahrscheinlich jetzt doch für gar nicht so viele so ein Thema ist oder wie kann man das so sehen? Also wenn man es professionell macht, dann ist es schon ein absolutes Ziel, auch im Kader dabei zu sein, weil über den Nationalkader einfach auch die Förderung sehr gut ist, also man hat Bundesstützpunkt-Trainer zur Verfügung, bekommt Sporthilfe-Unterstützung, bekommt finanzielle Unterstützung für Trainingslager und Wettkämpfe und es ist einfach, ja, auch Physiotherapie, also das Angebot an den Olympiastützpunkten, das steht einem einfach alles dann zu. Man wird teilweise sogar komplett dann durchfinanziert, je nachdem, welchem Kader man ist oder in welchem Rennbereich man sich aufhält. Also zum Beispiel ist es so, dass die World Triathlon Championship Series, also die WTCS-Serie, da gibt es acht oder neun Rennen im Jahr, die ist über die ganze Welt verteilt und der beste, konstanteste Athlet aus dieser Serie ist dann der Weltmeister. Also letztes Jahr zum Beispiel Christian Blumenfeld und im Jahr davor Vincent-Louis, der Franzose, die sind halt die Weltmeister geworden, weil sie in dieser höchsten Rennserie die konstantesten und besten Athleten waren und die, da ist man halt wirklich auch vom Verbandsystem abhängig, weil die sind in Japan ja, Japan, China, USA, Neuseeland, Australien, Großbritannien, eins ist in Hamburg, in Deutschland, also da sind wirklich so komplett über die Welt verteilt und wenn man keine sehr guten Privatsponsoren hat, das ist dann schon halt finanziell ein sehr hoher Aufwand, der sich, ja, da muss man schon wirklich zur Weltspitze und Elite dann auch gehören und immer Preisgeld machen, dass es sich der Aufwand überhaupt lohnen würde. Ich glaube, du hast irgendwo mal geschrieben, dass es auch mega der Luxus ist, dass man so dann auch finanziert wird von der Sportfördergruppe. Natürlich muss man sich auch dafür qualifizieren und die Leistung bringen. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt professionell aufgestellt sein will und du bist ja, man kann ja sagen, du bist Triathlon-Profi, bist professionell, lebst das professionell, reicht es dann sozusagen, von einem Kadersystem aufgenommen zu sein oder würdest du sagen, weil man will ja auch, ich glaube, du hattest auch mal gesagt, man will ja auch so ein bisschen leben oder muss man sich dann schon individuell auch wirklich kümmern und da sich sein eigenes Standbein aufbauen? Also ich sage mal so, wenn man wirklich im Kadersystem drin ist und ja, die ganze Förderung bekommt, dann ist so die Grundversorgung abgedeckt. Also davon zahle ich meine Miete und mein alltägliches Leben so. Aber man muss ja auch immer so denken, dass man den Sport jetzt nicht ewig machen kann und allein durch das Kadersystem könnte ich jetzt nichts zurücklegen oder sparen. Also man hat trotzdem noch Ausgaben für Wettkampfreisen und Trainingslager und Material. Also ich habe zwar einige Materialsponsoren, aber ganz abgedeckt bekommt es, glaube ich, fast niemand. Also es gibt immer irgendwas, was man braucht und das kenne ich. Ja. Das kennt wahrscheinlich jeder. Das kennt jeder, genau. Und genau deswegen kümmere ich mich schon auch darum, dass ich private Sponsoren habe, wie zum Beispiel meinen Hauptsponsor HEP, der mir einfach darüber hinaus halt auch noch finanzielle Unterstützung gewährt und halt ja, ich sage mal so, ich studiere halt auch aktuell nichts und es wird sicher eine Zeit geben, in der ich dann über den Sport nichts mehr verdiene und mich dann um meine weitere Zukunft kümmern muss und dort entweder studiere ich dann dort noch oder ja, steige irgendwo anders ein, das weiß ich jetzt noch nicht so ganz, vielleicht fange ich auch noch ein Studium an parallel zur Karriere, aber ja, das ist halt schwierig und um solche Jahre halt dann irgendwie zu überbrücken, braucht man ja schon finanziell auch irgendwelche Rücklagen. Ich will dann nicht wieder zu meinen Eltern ziehen oder so und die können mich eigentlich auch nicht finanzieren. Das fand ich so auch bemerkenswert, dass du auch gleich gesagt hast, dass du, du willst auch schon dich selber finanzieren, also man könnte ja sagen, ja, es ist ja auch chillig so, das wird schon alles klappen, so nicht, aber nee, du sagst ja nicht, ich will auch unabhängig sein. Ja, genau, also das war mir von Anfang an eigentlich auch wichtig oder meine Eltern haben mich da auch so erzogen, dass ich halt da auch realistisch bin und das einschätzen kann, dass ich da auf eigenen Beinen stehe und dass das halt auch nachhaltig ist, nicht nur, also dass ich da nicht egoistisch meinen Sport verfolge und eigentlich nur aus der Tasche von meinen Eltern lebe, sondern dass ich halt, ja, dass es wirklich mein Ding ist, dass es auch, ja, neben mir auch vielleicht für andere Leute gut ist und was bringt, also deswegen kümmere ich mich auch so um Blog und Selbstvermarktung so ein bisschen, dass ich halt, das gibt mir irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich das nicht nur für mich selber mache, sondern dass ich da auch noch ein bisschen was zumindest auf kleiner Ebene zurückgebe und andere Leute daran teilhaben lasse und ja, dass ich halt auch nicht dann nach meiner Karriere dastehe und dann wieder bei Null anfange, sondern dass ich dann halt einfach was habe, wovon ich dann zumindest ein paar Jahre vielleicht leben kann, überbrücken kann, bis ich weiß, wie ich, ja, wie es der Rest meines Lebens dann sozusagen aussieht. Ja, und ist denn jetzt, also du sagst ja, das ist, die Grundversorgung ist so gedeckt, jetzt muss man ja auch noch wissen, es gibt ja so diesen A-Kader nicht, dann gibt es den Perspektivkader, dann gibt es noch einen Nachwuchskader, wo du jetzt glaube ich drin bist. Meinst du damit, dass sozusagen alles abgedeckt ist oder muss man da auch nochmal unterteilen, dass eher so die A- oder B-Kader dann... Also bei mir war es jetzt so, ich war jetzt zwei Jahre lang Perspektivkader, da habe ich Förderung von der Sporthilfe bekommen und durch die Bundeswehr bin ich eben auch grundabgesichert, auch was Versicherungen und so angeht. Aber jetzt letztes Jahr war es, also waren die Nominierungskriterien für mich sehr schwer, einen Perspektivkader zu holen. Das heißt, also Perspektivkader war der frühere B-Kader, das heißt jetzt anders seit ein paar Jahren und jetzt genau durch meinen Top-10-Platz bei der U23-Weltmeisterschaft bin ich und einmal war ich Top-3 auch in der Bundesliga. Dadurch habe ich mir einen Nachwuchskader-Status für die U23 geholt. Da ist aber jetzt so, dass ich keine Unterstützung mehr von der Sporthilfe bekomme. Also ist jetzt, ja, das ist mir sozusagen weggefallen, dadurch, dass ich letztes Jahr zwar schon ein sehr gutes Jahr habe, aber weil einfach das Niveau sehr hoch ist und die Kaderkriterien da auch sehr anspruchsvoll sind und ich das noch nicht geschafft habe, bin ich da jetzt sozusagen wieder einen Schritt zurückgegangen. Leider. Es ist quasi auch, ich glaube, das mit deinem Vertrag bei HEP ist ja auch so, meinst du, zwei Jahre, das ist jetzt sozusagen immer auch jetzt beim Kadersystem jährlich, muss man sich sozusagen beweisen. Ja, jetzt sagt man natürlich auch klar, du willst, du hast ja auch große Ziele, man muss ja auch irgendwie den Druck standhalten, aber es ist schon Druck auch so, weil man ja auch das finanzielle im Hinterkopf hat, letztendlich. Ja, auf jeden Fall, also man hat halt, ja, es ist ein Leistungssystem, das heißt, du musst halt Leistung bringen, sonst wird der Seville nichts geschenkt, aber andererseits hat man eben auch den Anspruch an sich, dass man die Leistung auch zeigt und sich eben verbessert und einfach auf diesem Niveau in der Weltelite auch halt irgendwann mal dabei ist und wenn man das eben schafft und sich nicht zu sehr darauf konzentriert, dass man jetzt diese Kaderkriterien holt oder ja, also ich versuche halt einfach mich auf den Prozess in meiner weiteren Entwicklung zu konzentrieren und fokussieren und nicht darauf irgendwelche Kaderkriterien zu bestätigen und dann sollte es eigentlich auch irgendwann vor alleine kommen, also so ist der Ansatz von meinem Trainer zumindest auch und da fahre ich eigentlich ganz gut damit. Wie findest du dann solche Aussagen, also ich habe gesehen, bei dem, du bist ja auch, wirst ja auch unterstützt vom goldenen Ring, das ist ja auch, glaube ich, bei Nürnberg auch eine Förderung, wo du auch noch ein bisschen unterstützt wirst. Da titeln sie, ja selbstbewusst, dass du einer der größten deutschen Talente bist sozusagen auch. Findest du dich da wieder oder ist es für dich eher so komisch, wenn man sowas hört? Ja, also ich versuche jetzt auch nicht so viel zu geben auf irgendwelche Sachen, die einem so ein bisschen in den Mund gelegt werden. Ja, wie das Lactatabhängig zu sein zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Aber ja, also klar, wenn ich jetzt nicht, wenn ich nicht selbstbewusst wäre oder meine Ziele kennen würde, dann wäre ich nicht an der Position, wo ich jetzt bin und von dem her, denke ich, könnte man schon sagen, also würde ich schon auch die Behauptung so unterschreiben. Ich meine, ich war letztes Jahr so hinter dem Tim Hellwig eigentlich der zweitbeste Athlet der Deutschen in der U23 und das ist ja der Nachwuchsbereich, würde ich mal sagen. Also es ist schon eine Elite, aber eben noch Jungprofi sozusagen, wenn man es so ausdrücken will und ja, wenn das jemand sagt, so warum nicht, also da muss man sich auch nicht verstecken. Und du könntest sozusagen bis 30, glaube ich, in dem Kadersystem sein? Da gibt es also vom Alter her eigentlich gar keine Begrenzung. Also ich, wenn du, ich meine, es gibt ja zum Beispiel Leute wie den Javier Gomez, den werden viele kennen, der war ja jetzt, ich glaube aktuell ist er 36, 37, ich bin mir nicht ganz sicher, aber der hat bis letztes Jahr noch Kurzdistanz gemacht und war in Spanien sicherlich auch noch im Kadersystem und in Förderung. Also solange man eben auf der Kurzdistanz dabei ist und seine Leistung bringt, ist man auch in dem System dabei. Ja und dann fand ich es auch so spannend, wo du auch mal gesagt hättest, dass du auch durch deinen Trainer vom Team, vom Hap-Team vermittelt wurdest eben an diesen, quasi für ein Einzelsponsoring, was ja dann wieder so auch darauf schließen lässt, dass man eben auch so sich einfach zwangsläufig auch ein Netzwerk aufbauen muss. Da kommt ja auch das Thema letztendlich wieder Selbstvermarktung, ja einfach Social Media etc. auch ins Spiel und du hast ja auch gesagt, das gehört halt auch dazu und man muss es eben doch mehr oder weniger bespielen, wenn man erfolgreich sein möchte, oder? Ja, absolut. Also ich, meine Kontakte sind nicht nur im Sport alles, sondern ja auch in der normalen freien Wirtschaft im Berufsleben und das Gleiche gilt halt eben auch so für Sponsoren und ich habe auch einen Manager jetzt offiziell, das war den Ronny Schildknecht, der managt zum Beispiel auch den Sebastian Kieler und der hat natürlich ganz andere Kontakte und gerade als junger Athlet, der vielleicht noch nicht die Riesenbühne hat oder halt die Mega-Erfolge, aber vielleicht da auch mal hinkommen kann und ist man ja auch schon für manche Marken interessant und da ist es halt einfach wichtig, dass man so jemand hat, der halt den richtigen Ansprechpartner hat, dann halt erstmal vielleicht irgendwelche Deals auf Vertrauensbasis oder halt mal klein anfangen mit einem Produkt Sponsoring oder so und da bin ich schon sehr glücklich auch, dass ich den Ronny da habe und es ist auch cool zu sehen, wie das dann läuft so. Ja, krass. Ja, sowas nimmt einem wahrscheinlich auch so ein bisschen Druck, wenn man einfach weiß, da ist jemand, da kann man schon mal hier und da dann auch, kriegt man schon mal einen Kontakt zustande. Social Media ist auch noch ein Thema, was ich mir so als letztes hier noch, du hast ja schon Sponsoring, hatten wir jetzt schon drüber gesprochen, aber noch ein Fakt wäre halt noch Social Media, was ich halt auch spannend fand, ich glaube, das ist auch nicht ganz greifer für die, bei der Code-Distanz, wie gesagt, ich kann mal jetzt mal, oder ich sage mal hauptsächlich auch bei der Bundesliga, da so viele wahrscheinlich auch nicht so den Drang danach haben, sich dann auch selber promoten zu wollen oder zu müssen und einfach auch, dass es nicht sichtbar ist. Wie gesagt, ich spreche jetzt auch so ein bisschen aus der Langdistanz-Lupe, das ist ja auch schon spannend, sage ich mal, ich kenne viele, die das auch total spannend finden, so eine Bundesliga-Renne, aber tendenziell ist es halt nicht so präsent und deswegen, ich denke mal, es gehört ja auch dazu, was du ja gesagt, aber viele haben auch einfach keinen Bock so richtig auf dieses Ganze präsentieren, oder? Kann das sein? Ja, auf jeden Fall, also wie du halt sagst, man ist halt nicht komplett davon abhängig, wenn man gute Leistung zeigt und einfach, sage ich mal, ein Killer ist auf der Kurzdistanz, dann musst du ja, wenn du keinen Bock drauf hast, kommst du trotzdem finanziell irgendwie über die Runden, über den Verband und über Preisgelder, gerade über Preisgelder kann man ja schon auch, wenn man sehr erfolgreich ist, auch gut verdienen, aber ja, also ich merke selber jetzt, wenn ich richtig viel trainiere, dann habe ich eigentlich keinen Kopf nebenbei noch für Social Media, sondern da muss ich mich schon auch ab und zu mal dazu zwingen und gerade, wenn man da nicht halt irgendjemanden dabei noch hat, der halt auch Bilder macht oder halt irgendwelchen Content, dann kommt halt auch mal nichts so ungefähr und ich denke mir dann öfter mal so, ah ja, jetzt muss ich mal wieder was von mir hören lassen und es gibt halt schon auch so Phasen, wo man einfach keinen Bock drauf hat, aber ich persönlich versuche immer dann halt so, ja, zumindest kontinuierlich was zu zeigen, weil ich mir denke, das ist für viele auch interessant aber ich verstehe auch, wenn da manche gar keinen Bock drauf haben und wenn man dann halt nicht so kontinuierlich am Ball bleibt, ab und zu was zu posten, ist dann irgendwie ja vielleicht auch blöd, von dem her haben halt manche wirklich keinen Bock drauf und machen es dann einfach nicht. Ja, ich habe mich auch gefragt, ob es einfach auch so vielleicht auch dieser Ausgleich ist, wo ich ja auch weiß, dass das einige einfach auch brauchen, also zum Beispiel auch der Rick Sabel, Profi Rennradfahrer, hat auch mal in einem Podcast gesagt, dass er braucht es einfach, gut, jetzt kann man wahrscheinlich einen Triathlet mit einem Radfahrer nicht ganz vergleichen, aber er braucht einfach so diesen Ausgleich, sag ich mal, einfach so dieses Kreative und deswegen fand ich es so spannend, weil man sieht ja schon relativ viel von dir und du machst ja auch zum Beispiel mit Shop for Runners, macht er ja auch schon ja einfach eigentlich ganz coolen Content, so wie so eine Art Native Ads so auf Social Media, wo vielleicht auch einfach so ein bisschen der kreative Ausgleich auch fördernd ist, positiver Stress, wie man so schön sagt, aber wahrscheinlich dann auch in Fallen von jetzt wie zum Beispiel jetzt im Trainingslager dann auch dann doch nicht so viel Zeit und Nerven drüber bleibt, oder? Ja, auf jeden Fall, also ich mache auch gerne mal ein Fotoshooting oder so für Sponsoren, aber das muss dann halt auch irgendwie reinpassen, also gerade im Fall zum Beispiel bei Vollstopp for Runners, klar ist es geil, wenn man dann einen neuen Schuh bekommt, aber da muss man sich ja auch mal einen halben Vormittag dann Zeit nehmen, dafür halt dann Bilder machen und vor allem in Phasen, wo halt viel Training ansteht, das dann halt irgendwie noch da mit rein zu bekommen, das ist halt dann schon ein bisschen mühsam, aber genau wie du sagst, halt so ein bisschen kreativer Ausgleich tut mir auch gut und ich finde es eigentlich auch eine coole Sache, wenn man dann so ja bei den Bildern ein bisschen rumspielt, also ich bearbeite die eigentlich nicht selber, aber irgendwie das halt dann so zu posten, sich dazu was zu überlegen, das macht mir meistens eigentlich schon Spaß, es gibt halt auch so Phasen, wie ich davor gesagt habe, da macht es keinen Bock, da muss es dann auch irgendwie sein, aber ich bin froh, dass die Phasen nicht dominieren, weil ich finde, oder ich finde persönlich so, man merkt dann schon auch irgendwie, wenn es so erzwungen ist, also wenn man es nur macht, weil man es machen muss oder weil es irgendwie so ein bisschen der Zwang von außen ist, dass man es machen sollte, also ich versuche das schon irgendwie so ein bisschen, ja was heißt bisschen, ich versuche es halt natürlich und authentisch zu machen, so wie ich mich halt gerade fühle und wenn halt mal nichts kommt, dann kommt halt nichts, weil ich keinen Bock drauf habe, aber ja, an sich ist es halt schon wichtig, es gehört einfach dazu, wie du gesagt hast, halt auch vor allem eben für diese Einzelsponsoren, das ist wichtig, aber ja, die meiste Zeit macht es mir Spaß und irgendwie ist es auch cool, dass dann, wenn man da so ein Jahr von sich mal da so dokumentiert hat, den Weg halt einfach mitverfolgen kann und wie ich davor auch schon gesagt habe, halt für andere auch einfach, dass sie da so ein bisschen teilhaben können und vielleicht auch dann die Kurzdistanz cooler finden und ich meine, das ist ja auch nur von Vorteil, wenn mehr Leute das mitbekommen, wenn da mehr Aufmerksamkeit ist und dadurch vielleicht auch mehr Kinder zum Sport kommen und der Sport einfach so wächst, also das ist so ein bisschen mehr natürlich der Optimalfall, ob es jetzt wirklich so ist, keine Ahnung, aber damit motiviere ich mich manchmal. Das ist interessant, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich auch schwierig, den Vergleich zu ziehen zwischen Kurz- und Langdistanz, weil du ja auch gerade sagtest, es ist nicht unbedingt wichtig, weil ihr werdet ja eh teilweise vom Verein oder vom Kader aufgefangen und dann ist man so ein bisschen abgesichert und beim Langdistanz ist man ja schon so ein bisschen so ein Einzelunternehmen und da gibt es zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du den Franz Löschke kennst, war ja auch, wahrscheinlich kennst du natürlich, war ja auch im Kadersystem etc. und der gibt ja auch selber zu, er hat einfach nicht so Lust auf Social Media etc. Und da ist es zum Beispiel jetzt so und es gibt auch einige andere Profitriathleten, wo jetzt die These aufgestellt werden kann, dass eben Leistung nicht reicht und dass man eben auch medial aufgestellt sein muss, um eben langfristig professionell aufgestellt sein zu können. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch gar nicht so unsmart, da eben auch vielleicht schon in jüngeren Jahren da die ersten Wege quasi so für sich zu ebnen. Ja, auf jeden Fall. Also es gehört inzwischen einfach mit dazu. Also ohne geht eigentlich nicht mehr. Aber wie gesagt, also ich bin, mir macht es eigentlich auch Spaß und es ist eine Art von Ausgleich. Also es ist sicher kein richtiger Ausgleich. Da würde ich eher so Sachen nennen, wie mal schön essen geht mit meiner Freundin oder ein Buch lesen. Also es ist halt trotzdem immer noch Triathlon bezogen. Aber es ist einfach ein bisschen was anderes und gibt einem auch irgendwie, ja, teilweise auch mal ein ganz gutes Gefühl. Ja. Ja, also ich habe hier noch zwei Sachen noch ein bisschen auf der Agenda. Und dann ist es ja das große Thema Olympia, nicht? Also jetzt hatten wir ja gerade mit dem Norboys alles verfolgt. Da wurde ja auch so ein bisschen schön skizziert. Ich glaube, es war auch dann wirklich so mit diesem Zehn-Jahres-Plan und dann hat wirklich alles so hingehauen. Und da habe ich mich auch immer so gefragt, das ist halt echt, das ist, glaube ich, echt schwer, sich so richtig lang motivieren zu können. Wahrscheinlich muss man auch mal da irgendwie so kleinere Ziele. Und deswegen, hast du das im Hinterkopf oder ist es eher so, dass du sagst, ey, ich will jetzt erst mal Jahr für Jahr meine beste Performance liefern? Ja, also Olympia ist schon, glaube ich, von jedem das große Ziel, wenn man die Kurzdistanz macht. Also es ist einfach so das Highlight, das ganz große, der Traum, wofür man lebt und arbeitet. Aber natürlich, wenn ich jetzt auch so eine Saison wie nächstes Jahr gucke, denke ich nicht an, was macht mich, also was kann ich jetzt perfekt machen, dass ich bei Olympia dann erfolgreich bin oder dass ich mich für Olympia qualifiziere, sondern dann ist natürlich schon so Teilstep, okay, erst mal muss das Training laufen, erst mal die Basics im Winter setzen und dann im Sommer Highlights ausgucken, okay, was sind dieses Jahr meine Ziele bei Wettkämpfen, wo will ich fit sein? Dieses Jahr werde ich zum Beispiel das erste Höhentrainingslager mal einbauen, also zumindest ist jetzt so der Plan. Und den Rest überlasse ich eigentlich meinem Trainer, der dann halt so mein Training strukturiert, dass ich jetzt nicht dieses Jahr meinen Peak meiner Karriere habe, sondern halt, dass ich langfristig aufgebaut werde und immer noch ein bisschen Luft lasse, dass halt, ja, dass mich noch steigern kann und dass ich mich langfristig entwickle und nicht jetzt kurzfristig möglichst viel trainiere, um halt dieses Jahr vielleicht mein möglichst gut zu sein, aber keine Ahnung, was danach kommt so ungefähr. Also das würde ich eher so meinem, würde ich eher sagen, dass das mein Trainer in der Hand hat, die langfristige Planung und ich selber schaue, was motiviert mich für dieses Jahr, was kann ich für coole Wettkämpfe machen, wo will ich fit sein und alles, was dann so langfristig Richtung Olympia geht, 24, wahrscheinlich eher 28 so ungefähr, das wird halt dann so in der langfristigen Planung vor einem Trainer umgesetzt. Es ist wahrscheinlich auch da, wahrscheinlich interessant zu sehen, dass jetzt mit dem Jonas ja auch einmal ist, der jetzt auf einmal schon da war, so nicht und man sich ja auch austauschen kann und ist es dann, ist es wirklich noch so dieses, so dieses Wow, was man so gerne mal erleben würde, wie, ich meine, du brauchst jetzt hier nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber hat das so Jonas auch ungefähr so empfunden? Ich meine, ihr tauscht euch ja aus, wie er? Also beim Jonas muss man natürlich jetzt sagen, bei ihm war es ein bisschen bitter, weil Tokio natürlich sicherlich nicht normale Olympische Spiele waren und ich glaube, ich kann es für ihn schon mal so vorne wegnehmen, dass er 24 noch machen will und da hoffentlich in Paris normale Spiele so vorfindet mit Zuschauern und Publikum. Aber natürlich ist er in einer ganz anderen Phase von seiner Karriere, das ist natürlich auch spannend für mich und da sieht man natürlich auch so, ja okay, was hat er so für Deals am Start und welche Marken repräsentiert er? Wie funktioniert das vor allem auch so nicht? Also auch wieder da, das Netzwerk? Wie ist es halt bei ihm so, welche Kontakte hat er und auch, was macht er im Training? Hatten wir ja da vorher schon so ein bisschen und aber wie ist jetzt auch so sein Mindset? Also was treibt ihn jetzt so an? Also bei ihm ist es schon auch so, dass er auch mal Bock hat, auf die Mitteldistanz zu gehen und er wird zum Beispiel sein Rennen dieses Jahr in Miami eröffnen, also Windschattenverbotrennen. Da bin ich auch mal gespannt, wie er da so performt, also jetzt glaube ich auch schon in einem Monat, das heißt sein Training sieht jetzt auch schon in den nächsten Wochen dann anders aus als bei mir, weil er halt dann einfach schon einen Wettkampf macht auf dem Zeitverrad und ja halt auch so das Ganze bei mit Olympia, er war schon dort, hat dadurch halt auch schon so ein bisschen eine Gelassenheit, weiß halt, was funktioniert bei ihm, wie er fit wird und das strahlt natürlich auch eine Ruhe aus und Coolness, also da kann man sich schon auch was abgucken. Ja total, ja mega, gut und vor allem, du hast ja auch gesagt, also man will sich natürlich auch klar, man hat das im Hinterkopf und ihr werdet ja auch durch den Roland sehr, sehr gut instruiert werden, höchstwahrscheinlich. Trotzdem will man sich ja auch irgendwie coole Rennen aussuchen und wir hatten ja eingangs schon mal das Thema kurz, die Europameisterschaften. Ist das so ein Rennen, wo du sagst, das ist, da muss man jetzt so, das klingt jetzt wahrscheinlich doof, aber so für den Start, das muss es dabei sein oder ist es auch wirklich so, dass man sagt, ey, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, so? Ja, also ich persönlich habe natürlich aus ein paar Gründen da richtig Bock drauf, also als erster würde ich sagen, das ist mein Heimrennen eigentlich, also ich bin eine Stunde weg von München aufgewachsen und habe dort auch schon einige Triathlons gemacht, wo ich ein kleines Kind war, auch einer meiner ersten, also ich glaube, mein zweiter Triathlon überhaupt war im Olympiapark und dass da jetzt halt so die European Championships hinkommen mit Triathlon und der Olympischen Distanz und der Mixed Relay ist natürlich richtig cool und das ist schon so mein Ziel, mich für mich dort dieses Jahr einfach dafür zu qualifizieren, also das ist ja nämlich auch erstmal das Ding, ich muss mich dafür erstmal qualifizieren. Wie läuft das denn eigentlich ab? Also ich habe das, also ich habe mal kurz versucht zu recherchieren, ich habe da jetzt noch nicht so viel gefunden, ehrlich gesagt. Das ist auch noch nicht ganz raus, also es wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben, also wir bekommen jetzt auch mal vorgelegte Nominierungskriterien und dann werden die final besprochen und dann wird es veröffentlicht, wahrscheinlich aber werden ein paar Plätze über die Weltrangliste vergeben und so wie es aussieht, hat Deutschland fünf Startplätze, das heißt die fünf besten deutschen Kurzdistanzathleten, kann man so sagen, werden da am Start stehen und von dem her wird es auf jeden Fall eine sehr schwere Aufgabe für mich, da erstmal dabei zu sein. Aktuell bin ich in der Weltrangliste auf Platz 115, also so, glaube ich, stehe ich unten in der Welt von meinen Punkten her mit einer Saison. Es kommen immer zwei Saisons in die Wertung, kann man jetzt mal also grob sagen, das heißt, ich kann davor noch ein paar Rennen einbringen, die mich weiter nach vorne bringen und viele Leute, die halt um mich rum sind, haben bereits schon die maximale Anzahl an Rennen in der Wertung, also im nationalen Vergleich bin ich auf Platz sieben von den Punkten, also vielleicht kann ich mich da auch noch an welchen vorbeiarbeiten, aber es gibt bestimmt auch noch eine Möglichkeit, sich über ein spezielles Rennen noch dafür zu empfehlen, das ist aber dann noch nicht ganz klar, wo das sein wird, aber da, wie gesagt, beschäftige mich damit, wenn es soweit ist und bis dahin darf man sich da nicht verrückt machen, einfach sein Training durchziehen und dann wird man sehen, was da die Quali- Kriterien sind, dann wäre es natürlich auch cool, da an einem Start zu stehen, weil ich ja auch so ein bisschen der Ambassador für den Triathlon bin, also einfach für die Class of 22 heißt es ja, da gibt es so eine YouTube-Dokumentation, die mich jetzt die letzten eineinhalb Jahre da verfolgt hat auf dem Weg dahin. Dritter Punkt ist halt Europameisterschaften in Deutschland, also kommt so ein bisschen zum Heimrennen wahrscheinlich dazu, also es wäre einfach cool, dass da viele Leute da zuschauen, die ich kenne, zum Beispiel letztes Jahr war die WM ja in, also die Weltmeisterschaft in Kanada, also da fliegt ja dann keiner hin, um mich da zu sehen, von dem her wäre es natürlich cool für meine Freunde, Familie, mich da anfeuern zu können, ja, aber wie gesagt, mal schauen. Ja, wäre natürlich super bitter, wenn du quasi als Botschafter da fungierst und dann kann ich teilhaben. Aber ist das dann so ein das Quali-Rennen, ist das dann intern jetzt, wie letztes Jahr für Tokio, was hier da was veranstaltet wurde, oder ist es ein externes Rennen? Ne, das wird wahrscheinlich schon eher ein externes sein, zum Beispiel die deutschen Meisterschaften in Berlin oder vielleicht irgendeinen Europa Cup, Welt Cup, also sowas in die Richtung. Ja, ja, okay, spannend, ja. Simon, ich habe noch drei schnelle Fragen zum Schluss, eigentlich sind es fünf, aber wahrscheinlich, ja. Also ich würde mal gerne wissen, mit wem du mal gerne zusammen trainieren würdest, wenn du dir einfach jetzt jemanden ausruhen könntest, muss auch kein Triathlet sein, je nachdem. Puh, das ist eine schwere Frage. Also im Triathlon kenne ich ja schon viele Jungs auch, also zum Beispiel die Norweger, mit denen habe ich auch schon trainiert, mit denen ist es auf jeden Fall immer cool und lustig auch, aber da würde ich wahrscheinlich eher einen Sportler nehmen, der so ein bisschen außerhalb aus der Triathlonszene kommt, also vielleicht so aus dem Skifahren vielleicht, so den Schweizer Marco Odermatt finde ich ziemlich coolen Typen, der ist in allen Disziplinen eigentlich aktuell einer der Besten und den würde ich mal ganz gerne kennenlernen, glaube ich, so als Typen. Und einfach, weil du auch vom Skifahren kommst so ein bisschen oder so vom Spirit her? Genau, weil ich den auch einfach, ja, ich verstehe den Sport und finde den Typen einfach cool und bin mal gespannt, also wäre gespannt, wie der so tickt und wie der auch trainiert. Okay, dann, was würdest du sagen, war dein größter, ja, dein größter Fehler, wenn man so sagen will und was hast du da daraus gelernt? Puh, das ist eine schwere Frage. Kannst du es auch gerne auf den Sport beziehen? Ja, also ich hatte ja schon einige Verletzungen, ob es jetzt wirklich so ein richtiger Fehler war, also so ein Moment, ob man das in einem Moment festmachen könnte, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich hatte eine richtig große Verletzung und zwar ist mir beim, im Wettkampf 2017 das linke Schienbein durchgebrochen aufgrund von der Überlastung und ich kann, also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe nicht auf meinen Körper gehört oder so, das war wirklich am Wettkampftag kam der Schmerz eben und ich könnte jetzt, den Fehler könnte ich jetzt nennen, dass ich halt da trotzdem gestartet bin, andererseits wäre ich wahrscheinlich, wenn ich in dieser Situation nochmal wäre, wenn mir das da wehtun würde, werde ich wahrscheinlich trotzdem immer wieder starten, weil das war ein Schmerz, den könnte man auch einfach drauf schieben, dass man so ein bisschen, ja, vor Wettkampf zwicken hat, würde ich mal sagen, so beim Einlaufen, wenn man so ganz sensibel so den Körper reinhört und da spürt man ein bisschen was. Also es war wirklich, das wäre jetzt nochmal ein ganz neues Fass, was ich da aufmache, es war ein medizinisches Phänomen, wie das passieren konnte, könnte man so sagen. Okay. Meine Knochendichte war da auch sehr gering zu der Zeit und ja, ich habe wirklich im Vorfahren nichts gespürt. Es gab da auch so Gerüchte, dass ich da Schmerzmittel genommen hätte an einem Wettkampf und so, da kann ich sagen, also gab es die wildesten Theorien von anderen Leuten, aber wirklich, es war nichts der Fall und es ist wirklich einfach wirklich ohne große Vorzeichen durchgebrochen im Schlusssprint, also ziemlich krass und das hat mich halt einfach ein ganzes Jahr mehr oder weniger gekostet, wo ich kein Triathlon machen konnte, nicht laufen konnte und mich sicher meine Entwicklung auch zurückgeworfen hat und ja, wenn ich da im Vorhinein irgendwas ändern könnte, also weniger Belastung, mehr medizinische Checks, bessere Ernährung, mehr Vitamin D zugeführt, keine Ahnung, das würde ich heute sicherlich anders machen. Ich glaube, es lässt sich auch ganz viele Sachen übertragen, dass es ganz, ganz viele Studien gibt, wo weniger Performance zu mehr, wie soll man sagen, weniger Belastung zu mehr Performance führt sozusagen. Das kann man da wahrscheinlich auch drüber tragen drauf. Und final wäre noch, würde ich mich mal noch interessieren, ich glaube, du hattest mal gesagt, dass wenn der ein oder andere Jungspund, Young Guns, von der Kurz-Distanz-Szene mal sich auf ein TT-Bike schwingen würden, dass da ordentlich Remy-Demy wäre. Und ich würde dich mal bitten, dass du mal, wenn du jetzt Coach wärst, kannst auch selber starten, mal so ein Vierer-Team aussuchen, wenn du jetzt aussuchen könntest, das könnte dann auch von mir aus in der Bundesliga starten. Welche vier Kollegen wären das dann? Die dann an der Mittel-Distanz am Start stehen würden, oder? Nee, also die wären jetzt bei so ganz normal, bei so einem Kurz-Distanz-Triathlon jetzt beispielsweise Bundesliga dann starten würden. Das können auch internationale Leute sein. Okay. Ja gut, also als Ersten würde ich auf jeden Fall den Tim nehmen, Tim Helwig, denn ich meine, der hat letztes Jahr Hamburg gewonnen, WTCS-Rennen als richtig junger Athlet. Der hat eigentlich keine Schwäche, also der schwimmt richtig gut, fährt auch saustark Rad. Und gut, wenn man den WTCS im Sprint gewinnt, kann man auch auf jeden Fall laufen. Also da ist eine niedrige 14 Minuten auf die 5 Kilometer gelaufen. Dann, ja, um so ein bisschen international auch Qualität reinzubringen, würde ich noch den Vasko Vilasa reinnehmen. Der ist auch relativ jung, also ein Jahr älter als ich. Hat jetzt übrigens erst vor ein paar Tagen Bayeret Bull unterschrieben auch, also hat auch schon große Sponsoren am Start. Der ist auch bei der Super League schon sehr erfolgreich gewesen und war vor zwei Jahren sogar schon Vize-Weltmeister in einem einmaligen Rennen, aber damals war es ein bisschen anders. Aber ja, der ist auf jeden Fall auch sehr gut, kann auch richtig gut Rad fahren. Dann, ja, würde ich auch den Zombie mit reinnehmen, so als All-Star. Jonas Schönenwalt. Jonas Schönenwalt ist für ein All-Star. Ist ja nicht mehr meine Altersklasse so, aber der ist immer gut, also für Medienaufmerksamkeit, der knallt immer vorne raus oder macht verrückte Sachen. Also den, und das auch mit so als Typ einfach richtig chillig drauf und lustiger, lustiger Kumpel. Mit dem kann man, kann man es immer gut aushalten. Und puh, als Vierten. Ja gut, wenn ich jetzt so sage, dann muss ich mich natürlich auch noch selbst reinnehmen, weil in dem Team wäre ich natürlich auch gern. Also mit den Jungs so an der Startlidee zu stehen, wäre natürlich cool. Und ja, ich meine, du musst ja auch Selbstvertrauen haben. Ja, natürlich. Du musst natürlich, wenn man, also ich denke mir immer so, wenn man mit sehr guten Leuten sich umgibt, dann kann man sich von denen einiges abschauen und wird auch besser. Ja, du hast ja gesagt, du wurdest ja auch so ein bisschen erzogen, realistisch zu sein. Und das ist ja auch das realistische Leistungssiveau dann letztendlich. Ja, also von denen, die sind schon mal eine Niveauklasse über mir, aber da hätte ich dann auf jeden Fall jemanden, den ich tagtäglich sehen würde und wo ich müsste, wo ich hinkommen muss, dass es für ganz vorne reicht. Ja, ja. Gut, Simon, ich entlasse dich. Du, bei dir steht jetzt noch Physioren, hast du, glaube ich, erst gesagt, nicht? Jetzt geht es erst mal zum Abendessen noch. Jetzt geht es nach Abendessen, genau. Ja. Aber nach Physioren, genau. Ja, du hast quasi hier mit leeren Kohlenradspeichern sozusagen aufgenommen. Ja, jetzt so am Ende wurde mir jetzt auch schon so ein bisschen schwummrig, also nee, alles gut. Simon, ich danke dir, ja. Ja, gerne. Danke auch für die Einladung. Und wir haben es. Genau. Ciao, ciao. Das war Simon Hänseleit. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Tja, also ich hatte erst im Intro ja schon angedeutet, wenn man Simons Worten lauscht und sich anschaut, wie er sich auf Social Media und Co. präsentiert, hat man das Gefühl, ein ziemlich gutes Bild davon zu bekommen, was ein aufstrebender junger Athlet im deutschen Triathlon-Zirkus braucht und sicherlich auch können muss. Ich meine, Leistung ist das eine, das ist klar, aber es braucht vor allem auch ein funktionierendes Netzwerk von Menschen, die einem Vertrauen starke Partner, die nebenbei gesagt natürlich auch nicht einfach so von allein in den Insta-DMs anklopfen und ihr Equipment und finanziellen Support sponsen, das ist auch klar. Dafür braucht es schon die Bereitschaft über den Tellerrand des Trainingsplans zu schielen und sich mit vielen Fragen auseinanderzusetzen. Wo sehe ich mich in der Zukunft? Wie will ich später meine Brötchen verdienen, wenn man jetzt gerade so über die Runden kommt? In welchen Bereichen des Trainings und des Profitums macht es denn überhaupt Sinn, immer weiter an eine Optimierungsschraube zu drehen und wo geht es vielleicht eher darum, auch mal ein, zwei Gänge rauszunehmen, um letztlich auch die eine große langfristige Mission zu verfolgen? Du kannst Simons Reise natürlich auf Instagram verfolgen und wenn du noch zwei, drei Insights mehr möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall auch den IPP-Blog, wo du reinlesen kannst und Simon hier regelmäßig von seinem Training und dem Leben als Triathlon-Profi berichtet. Die Links findest du dazu in den Shownotes. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen in der Streaming-App deiner Wahl. Das Ding ist, dass der Teaser aus der ersten Episode zu Simon locker auch für den dritten Gast durchgeht. Fakt ist, dass er zu den Top 10 der deutschen Profitriathleten im PTO-Ranking gehört. Also check am besten einfach Warteslos-Podcast auf Instagram und erfahre dort alle Updates und Teaser als erstes. Also bis dann. Ciao, ciao.